Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren TheCrew 2 Video. Dieses Video ist jetzt mal ein Muss, denn ich habe gerade selber den Fehler Code 0-1. Es kann keine Verbindung mit den TheCrew 2 Servern hergestellt werden. Bitte überprüfe deine Netzwerkverbindung. Falls das Problem weiterhin besteht, kannst du auf unseren TheCrew 2 Seiten in den sozialen Medien nach weiteren Informationen suchen. Bitte notiere dir den folgenden Fehler Code 0-1 und wir drücken OK. Und ich kann das Spiel nicht starten. Auf der Playstation 4 machen wir das dann jetzt anders. Wir beenden das Spiel und gehen dafür einmal in die Einstellungen, gehen auf Netzwerk und schalten dieses aus und gehen wieder zurück zur Spielerauswahl und starten einmal das Spiel. So, wenn das Spiel gestartet ist, dann starte deine Geschichte. Und dann kommt natürlich der Fehler Code, dass du offline bist. Was heißt kein Code, aber ihr wisst, was ich meine. Der Fehler kommt. Leider sind die PSN-Dienste derzeit nicht erreichbar. Bitte prüfe deine Netzwerkverbindungen und versuche es erneut. Da drücken wir OK. Gehen jetzt wieder in die Netzwerkeinstellungen. Ich habe das mit einem Doppelklick auf die Playstation-Taste gemacht. Mach das gleiche wieder so rum. Bin wieder online. Und jetzt starte ich meine Geschichte. Und dann sollte es wieder funktionieren. So sollten wir auf jeden Fall wieder in das Spiel reinkommen. Und siehe da, es hat funktioniert. Ich kann ganz normal auf Fortfahren drücken. Das Spiel ist auf jeden Fall gestartet. Jetzt ist mein Spielstand geladen. Da könnt ihr schon sehen, dass Freunde online sind. Und wir sind wieder ganz normal im Spiel drin. Viele Leute haben das Problem auch auf dem PC. Auf dem PC muss ich mal schauen, wie das funktioniert, weil da habe ich den Fehlercode nicht. Ich kann euch dementsprechend leider nicht zeigen, wie es auf dem PC geht. Aber ich denke, es wird ähnlich funktionieren. Aber jetzt erstmal zurück zum Spiel. Es funktioniert alles. Wir können hier alle Aktivitäten wieder wählen. Und können ganz normal weiterspielen. Und Freude am Spiel haben. Ich wünsche viel Spaß auf jeden Fall beim Nachmachen. Ich hoffe, dieser Fehler wird schnell behoben. Wenn dir das Video geholfen hat, dann lass mir doch einen Daumen nach oben da, wenn du neu bist. Lass mir ein kostenloses Abo da. Mach die Glocke an, dann verpasst du kein Video mehr. Folg mir noch auf Instagram und Twitch. Dann kannst du auch mal dabei sein, wenn ich live bin. Und behalte mal meinen Community-Tab hier auf meinem YouTube-Channel im Auge. Da schreibe ich das öfter drin. Aber das war es jetzt mal genug mit Eigenwerbung. Ich bin raus und sage Ciao. Euer Marvin Keno. 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 Bis zum nächsten Mal.